Der Schwarze Mönch Gegenüber der Felseninsel des Haussteins ragte einst auf einer hohen Wand ein Turm empor. Das Volk nannte ihn den Teufelsturm, denn es wohnte ein unheimliches Wesen darin. Das trug eine rabenschwarze Kutte und hatte einen langen schwarzen Bart, der ihm bis zum Gürtel reichte. Manchmal erschien die Gestalt den Donauschiffern auf der Fahrt durch die gefährlichen Wirbel. Dann schlugen die Männer schreckensbleich ein Kreuz und riefen, der Schwarze Mönch, uns droht Unglück. Und es war wirklich so. Immer wenn der schwarze Mönch auf der Zinne erschien und Warnen seine Arme hob, stand der Tod eines Menschen bevor. Oder es kam zu einer Überschwemmung oder gar einem Feuer oder zu Krankheit und Krieg. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts fuhr Kaiser Heinrich III. mit großem Gefolge auf einem prächtigen Schiff von Passau die Donau abwärts. Er wollte nach Ungarn reisen, vorher aber die schöne Gräfin Richlinde in ihrem Schloss Bersenbeug besuchen. Richlinde war die Tochter eines bayerischen Grafen. Ihr Mann Alberto war gestorben und hatte seine Güter Bersenbeug und Ips dem Kloster Ebersberg hinterlassen. Richlinde aber wollte, dass der Kaiser das Testament außer Kraft setzte. Nicht das Kloster, sondern Richlindes Neffe sollte alle Güter erben. Der Arbt des Klosters hatte bereits auf die Schenkung freiwillig verzichtet. Er hatte auch Bischof Bruno von Würzburg gebeten, Richlindes Bitte beim Kaiser zu unterstützen. Seit Wochen traf die schöne Grafentochter nun alle Vorbereitungen, um den kaiserlichen Gast in Bersenbeug zu empfangen und für ihren Wunsch zu gewinnen. Kaiser Heinrich Schiffs hatte inzwischen Grein beinahe erreicht. Der Kaiser stand am Deck des Schiffes und winkte den Menschen zu, die zu Hunderten am Ufer standen und ihm zujubelten. Dann warnte er sich an den Bischof Bruno und sagte, Na schauen Sie nur, wie herrlich es hier ist! Ich habe in meinem ganzen Reich noch nirgends ein schöneres Stromtal gesehen. Der Bischof nickte zustimmend und meinte, So schön es hier ist, so treu ist auch das Volk, das hier lebt. Es hat tapfer gegen die wilden Horden der Hunnen und Maggiaren gekämpft und dabei viel Leid auf sich genommen. Heinrich erwiderte, Ich will alles tun, damit die Wunden wieder heilen, die diesem Land und seinen Menschen geschlagen wurden. Jetzt hielt der Bischof den Augenblick für gekommen, den Kaiser auf Rich Lindes Anliegen vorzubereiten. Und so sagte er, Dann wäre es freilich gut, wenn sie treue und starke Helfer hätten. Ich denke dabei an die Burgen Bersenbeug und Ips. Sie sollten sich besser in den Händen eines tapferen Ritters befinden, als bei den friedlichen Klosterbrüdern von Ebersberg. Dieser Meinung bin ich auch, antwortete Heinrich nachdenklich. Andererseits als Alberto war ein tapferer und treuer Freund. Meine Dankbarkeit verbietet es mir, seinen letzten Willen zu missachten. Der Abt von Ebersberg hat aber freiwillig auf die beiden Burgen verzichtet, erinnerte der Bischof den Kaiser. Ist das nicht ein Grund, den Wunsch der Gräfin zu erfüllen und das Erbe dem Neffen zu geben? Der Kaiser zögerte mit der Antwort. Schließlich sagte er, ich will es mir überlegen. Mittlerweile war das Schiff an Grein vorbeigekommen und steuerte der Insel Wörth zu. Das Wasser rauschte und schäumte und schlug donnernd an die Felsen. Die Männer an den Rudern setzten ihre ganze Kraft ein, um das Schiff von den gefährlichen Strudeln fernzuhalten. Nach einigen Minuten höchster Gefahr schoss es an der Insel, an den Felsen und schließlich an Schloss Werfelstein vorüber. Als das Schiff nun zum Teufelsturm kam, verfinsterte sich plötzlich der Himmel. Ein greller Blitz flammte um die Zinnern des Durmes auf. In seinem Feuer stand riesenhaft der schwarze Mönch und hob drohend den Arm. Vor Angst und Grauen erfasst schrien die Schiffsleute, der schwarze Mönch, der schwarze Mönch und alle bekreuzigten sich. Da war die Erscheinung auch schon wieder verschwunden und die Sonne strahlte wie zuvor. Erschreckend legte sich langsam wieder und das Schiff glitt, allen Gefahren entronnen, an Sankt Nikola und an den Burgen Sarmengstein und Freienstein vorüber. So erreichte es schließlich Bersenbeug. Der Kaiser und sein Gefolge wurden mit hellem Trompetgeschmetter und lautem Jubelschrei empfangen. Richlinde stand am Ufer, ging Heinrich bis auf die Schiffsbrücke entgegen und hieß ihn herzlich willkommen. Nach der Begrüßung führte sie den Kaiser in die Burg. Der Rittersaal war festlich geschmückt, von vielen Kerzen erhellt. Der Kaiser nahm Platz, die Gräfin zu seiner Rechten, Bischof Bruno an seiner Linken. Wieder ertönten Trompeten, dann wurde geschmaust und getrunken. Schließlich erhob sich der Kaiser, nahm den vollen Pokal in die Hand und sagte zu Richlinde, Bischof Bruno hat mir bereits verraten, dass sie diese Burg und die Festung Ips lieber in den Händen ihres Neffens sehen würden, als im Besitz der Mönche von Ebersberg. Das Land braucht starke Burgen und tapfere Männer, um sich gegen seine Feinde zu wehren. Ich habe mich daher entschlossen, ihren Wunsch zu erfüllen. Er hob den Pokal, um ihn auf das Wohl der Gräfin und des neuen Herren von Ips und Bersenbeug zu lehren. Kaum aber hatte er ihn an die Lippen gesetzt, erzitterte der Boden des Saales, die Mauern begannen zu wanken, die Tafel stürzte um, die Gäste wurden von den Stühlen geworfen, die Säulen barsten und die Decke des Saales brach ein. Als wenig später die Bauern zur Burg liefen, um die Verschütterten aus den Trümmern zu befreien, zeigte es sich, dass alle Gäste nur leichte Verletzungen erlitten hatten. Kaiser Heinrich war wie durch ein Wunder unverletzt geblieben. Ein einziger Gast war tot, der Bischof von Würzburg. So hatte auch diesmal der schwarze Mönch auf dem Teufelsturm ein Unheil vorausgesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017